Heute wenden wir uns einem Betriebssystem zu, welches ich schon seit längerem mal vorstellen wollte oder mir auch selber mal anschauen wollte. Und zwar handelt es sich hierbei um Zorin OS. Zorin OS selber ist ein sehr designschönes Betriebssystem, für Anfänger sehr gut geeignet, für Umsteiger von Windows oder Mac OS. Und das Coole bei Zorin OS ist, es gibt quasi eine normale Lite-Version bzw. eine Kern-Version, aber es gibt auch eine sogenannte Pro-Version, die eine ganze Reihe von zusätzlichen Features mit sich bringt und zusätzlich auch noch einige Designs, wie zum Beispiel das Windows 11 Design komplett. Der Download von Zorin OS Pro kostet allerdings 39 Euro plus Mehrwertsteuer und ist im Prinzip ein ziemlich gutes Beispiel, dass man auch mit einem Open-Source-Linux-Betriebssystem durchaus Geld verdienen kann. Und ich sage mal, 39 Euro ist jetzt nicht allzu viel und man unterstützt natürlich auch die Entwickler. Wir schauen uns aber heute mal Core an, Zorin OS Core, das ist quasi die normale freie Version. Da gibt es noch eine Lite-Version für wirklich alte PCs. Und ja, dann würde ich sagen, hier noch schnell ein kleiner Tipp. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu meinem Matrix Space, so ein Typ im Internet. Da gibt es zwei Räume, einmal die Ankündigung und einen Chatraum. Dieser Chatraum ist auch verschlüsselt. Hier kannst du mit anderen Zuschauern dieses Kanals ein bisschen schreiben. Ihr könnt Erfahrungen austauschen oder euch gegenseitig helfen. Würde mich freuen, wenn du einfach mal vorbeischaust. So, jetzt geht's aber los. Runtergeladen habe ich das Ganze schon. Also schnappt dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS. Und heute installieren wir Zorin OS 16. Und zwar die ganz reguläre Core-Version. So, da machen wir mal hier Ubuntu rein. Mal schauen. Jawohl, Ubuntu müsste, glaube ich, auf dem letzten Ubuntu basieren. So, Zorin OS, ja, ist im Prinzip ein Betriebssystem, welches ebenfalls auf Ubuntu basiert, wie so ziemlich viele Betriebssysteme. 4 GB Speicher sollte erstmal ausreichen. CPUs, da vergebe ich immer gerne 6 Kerne von meinen 12, damit das Ganze nachher mit der Installation auch flott vonstatten geht. Und ich vergebe gleich mal, wenn das hier mal funktioniert, 50 meiner 50 GB Festplatten speichern. So, einmal Zorin Konfiguration wollen wir gleich noch bearbeiten und hier haben wir meine Netzwerkbrücke. So, dann, ich möchte ein OEFI Installation haben und Festplatte stimmt soweit, das stimmt soweit auch. Und hier möchte ich Wirt.io haben. Okay, dann lass uns mal loslegen. So, das ist dann der Bootloader. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das Grub ist. Wenn ja, ist das wunderschön gestalten. Hier haben wir die Möglichkeit, ja, Try or Install ganz normal in die Live-Umgebung von Zorin OS reinzugehen. Da gibt es dann noch mit dem Safe-Grafik-Modus, also falls es hier Probleme gibt, sich reinzubooten, gibt es hier quasi noch so eine Art Lite-Version. Man kann aber direkt auch, wenn man eine NVIDIA-Grafik-Karte hat, direkt die NVIDIA-Grafik-Treiber mitladen. So, dann, ja, ausschalten, Firmware-Settings. Wir gehen aber ganz normal in die Install OS rein. Hm, super, interessant. Ein sehr schöner Willkommens-Sound. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, Zorin OS gleich auszuprobieren oder Zorin OS zu installieren. Ich möchte es erst mal auf Deutsch ausprobieren, weil ich, bevor ich loslege, hier die Auflösung mal ändern möchte. Deswegen gehe ich hier auf Ausprobieren und dann öffnet sich quasi jetzt die Live-Umgebung. Sehr gut. Dann einmal rein, Systemwerkzeug. Ach, hier haben wir schon die Einstellungen. Ist super einfach. So, das Einstellungsmenü erinnert sofort an das Gnome-Menü. Das heißt, die Oberfläche basiert wahrscheinlich auf Gnome. So, wo haben wir denn? Bildschirme, Auflösung, Full HD, auf Yes, Anwenden, Beibehalten, Fertig. So, sieht schon mal sehr schön aus, sehr hell, sehr, ja, rein, könnte man sagen. So, aber wir installieren erst mal, bevor wir hier richtig loslegen, schauen wir mal an, wie die Installation von Statten geht. Gut, ich habe es ja gerade schon gesehen, der Installer. Das ist der Ubiquity Installer, so wie es scheint. Also derselbe Installer, den auch Ubuntu benutzt. So, Deutsch hat er ja schon dann erkannt. So, und hier wird dann ausgewählt, ob Zorin OS die Aktualisierung gleich mit herunterladen soll. Das lassen wir dann auf jeden Fall drin. Und installieren Sie Software von Drittanbietern für Grafik und so weiter. Auch das ist völlig in Ordnung. Das kann er ruhig machen, wie zum Beispiel die Codex und so weiter. Und hier, nimm nicht an der Volkszählung teil. Mit der Volkszählung können die Zorin OS Entwickler die Anzahl der Benutzer anonym zählen. Wenn ich das nicht möchte, wenn ich jetzt nicht gezählt werden möchte, mache ich hier einen Haken rein. Dadurch, dass ich das jetzt ja tatsächlich nur ausprobiere und ich kein Benutzer, jetzt aktiver Benutzer von Zorin OS bin, möchte ich jetzt nicht, dass die mich mitzählen als aktiver Nutzer. Einfach schon allein, um die Daten nicht ganz zu verzehren. Wenn du aber Zorin OS auf einem Notebook oder so installierst, lass ruhig den Haken raus. Dann wissen die auch, dass du das verwendest. Und dann wissen die auch, wie viele Nutzer das Ganze dann insgesamt nutzen. So, hier ist dann die Festplatte. Die wird automatisch ausgewählt. Wir können es auch manuell partitionieren, aber wir lassen mal alles so, wie es ist. Da wird mir schon angezeigt. Es wird also auf eine Bootpartition erzeugt und eine Rootpartition, eine Hauptpartition mit EXT4. Das ist auch in Ordnung. Dann können wir das Ganze jetzt installieren. Und ich nehme mal an, es wird anstatt einer Swap-Partition wird eine Swap-Datei erstellt. Das ist bei Ubuntu mittlerweile Standard. So, Zeitzone Berlin. Das ist soweit richtig. Hier gebe ich jetzt meine Daten ein, wenn ich es richtig schreiben könnte. So, jawohl. Passwort ist sicher und lang. So, Active Directory kann man hier auch aktivieren. Das Passwort zum Anmelden abfragen ist immer zu empfehlen, gerade bei Nutzung auf einem Notebook. Name des Rechners, da sage ich jetzt einfach Zorinbox. So, weiter. Ja, ist ganz intuitiv, ganz, ganz einfach, wie so ziemlich jede andere Installation auch. Dann einfach kurz warten, bis die Installation abgeschlossen ist. Und damit ist die Installation auch abgeschlossen. Hat gar nicht so lange gedauert, ungefähr 5, 6 Minuten. Und wir können jetzt das System einmal neu starten. Los geht's. Und hier haben wir auch den Login-Bildschirm. Und dann können wir uns einmal einloggen. Und schon. Werden wir begrüßt mit dem Willkommens-Sound, mit einem Willkommens-Bildschirm. Sieht natürlich schon sehr, sehr vielversprechend aus. Und ja, wenn er mir schon anbietet, hier mal eine kurze Tour zu starten, dann machen wir das doch. Willkommen beim Zorin OS 16. Ganz kurz zum Hintergrund, auch zu dem Namen. Also Zorin OS, der Erfinder oder der Entwickler quasi von Zorin OS ist Artyom Zorin. Der kommt aus Dublin und nach ihm, er selber hat sein Betriebssystem nach sich selber benannt. So, dann machen wir mal weiter. Tour starten. Los geht's. So, das Menü öffnen, um Apps zu starten. Das wäre dann hier unten. Das ist sehr toll. Dann weiter. Das haben wir hier. Layout mit Zorin App Appearance. Nein, also ihr Layout mit Zorin Appearance anpassen. Können wir mal gucken. Ah ja, das ist Zorin Appearance. Und das ist jetzt momentan, ja, das normale Standardthema, was wir jetzt haben. Dann gibt es noch dieses hier. Dann werden die Symbole alles ein kleines bisschen kleiner gemacht. Und ich würde mal sagen, ich mache mal ganz schnell die Bildschirmauflösung wieder ein kleines bisschen größer. Bildschirm, Bildschirm anwenden. Jawohl. Und zurück. So, ja, so sieht das Ganze natürlich schon ein kleines bisschen angenehmer aus. So, dann haben wir einmal hier. Genau, größer und ein bisschen kleiner. So, die Aktualisierung machen wir später. So, dann gibt es noch dieses, diese Anzeige. Die erinnert dann doch schon etwas mehr an Windows 11. Die ist schon sehr viel mehr an Windows 11 angelehnt. Lediglich das Startmenü bleibt weiterhin links. Und wenn ich das öffne, dann habe ich quasi wie dieses klassische Gnome-Menü. Und das ist natürlich sehr gut für kleinere Laptops, beziehungsweise für Convertible Laptops, ja, die quasi ein Touch-Display haben. Da macht sich natürlich dann dieses Layout deutlich besser, da es etwas besser zu bedienen ist. Ja, und wer das klassische Gnome dann doch lieber mag oder ähnliches, der kann dann auch dieses Layout hier nehmen. Und dann kommt man hier im Prinzip, ja, in seine verschiedenen Fenster rein und kann dann hier zu den Menüs. Das ist dann schon quasi das klassische Gnome-Menü. Das mag ich persönlich jetzt nicht so sehr. Und hier unten sehen wir dann auch Upgrade auf Zorin OS Pro und dann gibt es weitere Layouts. Wir können ja mal ganz kurz hier so reinwerfen. Ich kann es leider nicht ausprobieren, weil ich habe es nicht gekauft. Aber man kann ja mal schauen. Da gibt es zum einen die Mac-Optik. Da wird dann hier unten ein Dock erstellt. So, ich will mal ganz kurz hier wieder die normale. Bei der Mac-Version, da wird dann hier unten quasi wie so ein Dock erstellt und oben hat man dann die Menüleiste. Das ist dann für alle Mac-Umsteiger. Die finden sich dann so bei Zorin OS sehr viel besser zurecht. Dann hier in der Mitte sehen wir dann das Windows-11-Design. Und da ist es dann wirklich dem Windows-11 komplett nachempfunden. Das heißt, diese ganze Menüleiste geht hier quasi in die Mitte. Die zentriert sich ebenso wie bei Windows 11. Und wenn man dann auf das Menü dann draufklickt, wird das dann schon kachelartig die Apps angezeigt. Wirklich wie bei Windows 11. Also wunderbar designt. So, dann hier gibt es noch ein drittes Layout, was hier noch zusätzlich angezeigt wird. Das ist dann eher so an Unity angelehnt. Wer also das klassische Unity von Ubuntu von damals sehr zu schätzen weiß, mit dieser Menüleiste an der Seite. Ja, der kann auch hier das Unity-Layout aktivieren. Und dann gibt es hier noch das klassische, ich sage mal Windows 7-Menü oder ähnliche Windows XP so ein bisschen. Dann wird das im Prinzip ähnlich wie jetzt hier. Nur noch ein bisschen, ja, ein bisschen sporadischer dann dieses Menü hier angezeigt. So, weitere Informationen dann direkt auf der Zorin OS Homepage. Und wie gesagt, für, ich glaube, was waren das, 35 Euro kann man das Ganze dann upgraden. So, dann gibt es natürlich noch die Akzente. Da kann man dann hier in grün oder, ne, da sehen wir hier die Buttons oder auch hier unten dann das Menü. Gut, das sieht man jetzt hier nicht ganz so sehr. Haben wir orange, dann gibt es dann noch rot. Ja, wenn man rot denn mag. Ja, doch, das, so, was haben wir hier noch? Violett und grau, neutral. So, ich lasse das mal blau. Und dann gibt es dann die ganze Light-Version dann auch noch in Dark, als Dark-Mode. Ist auch sehr, sehr schön. Und ich finde, das passt so ja ein bisschen besser. Ein heller Hintergrund in einem Dark-Mode. Umgekehrt, wenn ich einen Light-Mode habe, also einen hellen Modus, dann passt eigentlich ein etwas dunklerer Hintergrund deutlich besser. Oder, das gibt es dann hier in der Mitte, man kann auch den Dark- und Light-Mode dann abwechselnd, je nachdem, welche Tageszeit man hat. Ich lasse jetzt den Light-Modus, der sieht ganz gut aus. Und dann habe ich hier noch die Programm-Oberfläche. Hier kann ich dann zum Beispiel auch sagen, dass ich diese Knöpfe hier auf der linken Seite haben möchte. Das ist besonders für die Mac-Umsteiger durchaus hilfreich, die es gewohnt sind, eben immer oben links die Fenster im Prinzip zu bedienen. So, Gelier-Modus. Ich nehme mal an, das wird dann alles so ein bisschen wobbelig sein. Genau. Werde ich jetzt hier aber ausschalten, weil das in der virtuellen Maschine ein bisschen zu Performance-Problemen führt. Die linke Super-Taste, damit ist die Windows-Taste gemeint, steht hier, geht in die Aktivitäten-Übersicht. Wenn ich da jetzt mal drauf drücke, wird dann hier quasi sowas ähnliches wie die verschiedenen Fenster angezeigt. Wenn ich das nicht möchte und ich es gewohnt bin, dass meine linke Windows-Taste eher das Menü öffnet, kann ich das hier einfach umschalten und dann öffnet sich das Menü. So, wir lassen das aber beim Standard. Und hier kann ich noch Funktionale Ecke an der Aktivitäten-Übersicht aktivieren. So, die Arbeitsoberfläche. Hier kann ich dann auch einstellen, ob ich überhaupt Symbole auf meiner Desktop-Oberfläche zulasse, ja oder nein. Hier die Symbolgröße und dann kann ich zum Beispiel auch noch den Papierkorb, persönliche Ordner und so weiter anzeigen lassen, wenn ich das denn möchte. Dann ebenfalls die Größe. Ich kann auch klein, was ist winzig. Ja, winzig ist sehr klein. Ich bin auch ein Fan von dem sauberen Desktop, also ohne irgendwelche Ordner. Und hier dann die Schrift, die Standardschriftart Interregular. Gut, dann ist das schon mal, wie man Sorin OS entsprechend anpassen kann. Machen wir mal weiter. Die Leistung in einer virtuellen Maschine kann reduziert sein. Das ist aber ganz normal. Deswegen auch hier empfehlen die Entwickler dann für eine perfekte Performance, sollte man Sorin OS auf jeden Fall auf einem richtigen Rechner, also auf richtiger Hardware installieren. Weil der Grund, warum die Entwickler sowas immer dazu schreiben ist, viele vielleicht Anfänger unter Windows, die installieren sich dann virtuell Box und laden sich dann zum Beispiel zur Renault OS herunter und testen das in der virtuellen Maschine aus. Was ja wirklich wunderbar ist, beschweren sich dann aber, dass die Performance so schlecht ist oder zu schlecht scheint und geben das dann an. Ja, nee, das lohnt sich ja gar nicht zu installieren. Die Performance ist ja viel schlechter als Windows und so weiter. Und deswegen weisen viele Hersteller oder Entwickler immer wieder darauf hin, in der virtuellen Maschine ist die Performance immer ein bisschen schlechter. Ja, die wahre Performance kommt dann, also die richtige Leistungsvielfalt kommt dann auf richtiger Hardware. Und das ist auch wirklich so. Man muss halt manche Leute immer mal wieder dran erinnern. So, man kann auch seine Online-Konten verbinden, zum Beispiel einen Exchange-Server, ganz normal seine E-Mail- und Google-Konten. Wenn man das dann möchte, einfach hier drauf und dann öffnen sich dann hier die Sachen, die man eben anmelden kann. So, das machen wir jetzt natürlich nicht. Dann einmal weiter. So verbinden Sie Ihr Telefon und Ihren Computer mit Zorin Connect. Ich nehme mal an, das wird so eine Art Fork oder ein, ja, von KDE Connect sein. Gehe ich mal davon aus. Können wir mal einmal draufklicken. Jawohl, das sieht tatsächlich danach aus. Ja, ist also ein, KDE selber bietet ja auch KDE Connect an, wo man sein Handy oder sein Smartphone und so weiter mit dem Rechner verbinden kann mit KDE Connect. Und das ist im Prinzip Zorin Connect genau dasselbe. Ich habe jetzt mal auf Weiter geklickt, genau. Und hier wird das dann angeboten. Da gibt es dann für Google, gibt es dann im Play Store entsprechend die App dazu, die Zorin Connect App. Und auch entsprechende Browser-Erweiterung für iOS, also für Apple-Handys, für iPhones, gibt es da scheinbar noch nichts. So, machen wir mal weg und weiter. Was haben wir hier? Hier gibt es dann die Möglichkeit, das Software-Center auch zu starten. Ja, also es gibt, gehen wir einkaufen. Die Einkäufe sind in der Regel kostenfrei. Ja, das ist im Prinzip ein sehr guter, übersichtlicher App-Store von Zorin OS. Ich gucke mal, ob das, ja, das ist ganz normal Gnome-Software in der Version 3.36. Und ja, im Prinzip kann man alle Anwendungen, die man so braucht für den täglichen Bedarf, kann man dann einfach hier rüber installieren. Das ist im Prinzip das ganz normale Gnome-Software-Center mit allem drum und dran, was man denn so gebrauchen könnte. So, wenn ich jetzt hier einfach mal reingehe, ich will jetzt hier einfach mal eins öffnen. Tandem zum Beispiel, wir schauen mal, wo das herkommt. Genau, hier auf FlatHub. Das heißt, die Pakete werden in der Regel nach Möglichkeiten über das FlatHub dann heruntergeladen und installiert. Und das ist mittlerweile auch wirklich sehr zu empfehlen, denn mit FlatHub ist man nicht so auf die ganzen Abhängigkeiten gebunden, also, ja, an die ganzen Abhängigkeiten gebunden, die man dann bei einer, ich sag mal, Abt-Installation noch hinzufügen muss. Und mit FlatHub kann man dann auch die Funktionalität sehr gut gewährleisten. Das heißt, hier funktionieren die Programme dann auch ziemlich sicher auf der eigenen Maschine. So, machen wir mal weiter. Was haben wir hier sonst noch? Ein Office-Paket für die Arbeit. Einmal LibreOffice und OnlyOffice wird hier empfohlen. LibreOffice dürfte schon vorinstalliert sein. Steht hier auch schon vorinstalliert. Wer das nicht nutzen möchte, sondern lieber OnlyOffice nutzen möchte, der kann auch das installieren. OnlyOffice ist ziemlich gut in der Kompatibilität mit Microsoft Office-Produkten. So, machen wir mal weiter. Und ja, das war es im Prinzip schon. Hier wird nochmal auf die Hilfe-Seite verwiesen, die man dann aufrufen kann. Da öffnet sich jetzt gleich der Firefox und dann geht es auf Zorin Help. Und hier kann man dann nochmal sich genau durchlesen, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, wie man sich Hilfe beschaffen kann. Selbstverständlich auf Englisch alles, wie sich das gehört. Made mit Liebe in Irland. Sehr schön. So, dann schließen wir das mal und schauen mal an, was wir hier sonst noch so alles Schönes installiert haben. Also erstmal, das Menü ist natürlich super übersichtlich. Wer von Windows kommt, wird sich hier sofort zurechtfinden. Hier oben auf den eigenen Benutzernamen kann man einmal draufklicken und dann kann man hier auch gleich das Passwort ändern. Oder ich glaube, man kann hier sogar ein Bildchen entsprechend vergeben. Ich nehme mal eine Katze, denn wir sind ja im Internet, entsperren noch. So, fertig. Ja, Katze kann so bleiben. Super, so, haben wir eine Katze. Gut, dann Büroanwendung. Da ist der Evolution als E-Mail-Client mit drin, ein ganz normaler Gnome-Kalender, Kontakte und die Office-Bibliothek LibreOffice. Dann Hilfsprogramme. Achso, halt, nein, Grafik habe ich jetzt übersprungen. Gimp ist auch wieder standardgemäß vorinstalliert. Das ist super. Und ansonsten noch ein Bildbetrachter und ein Programm zum Sortieren von Fotos. Das ist immer sehr schön, gerade bei den Smartphones. Wenn man die Bilder dann hier einfach reinlädt, kann man die wunderschön mit Fotos, mit, ja, genug Fotos entsprechend sortieren und administrieren. So, Hilfsprogramme sind die üblichen Verdächtigen drin. Archivverwaltung, Dokumentenscanner, Festplattenanalyse-Tool. Es gibt auch hier wieder Passwörter und Verschlüsselung, so eine Art Passwortmanager ist hier schon mit vorinstalliert. Und ansonsten sowas wie ein Taskmanager und natürlich das Terminal. Das ist hier in weiß gehalten. Ich werde hier gleich mal ein Favorit anlegen, das wir da nicht gleich nochmal suchen müssen. So, Multimedia, Brasero als Brennprogramm. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ein Ding ist, CDs und DVDs zu brennen. Und dann ist mit vorinstalliert, ist gar nicht mehr so häufig mit vorinstalliert. Cheese ist eine Webcam-Anwendung. PTV ist eine Alternative zu Kdenlive, würde ich sagen. Genau, das ist quasi ein einfaches Videoschnittprogramm. Das ist super so für kleinere Projekte oder auch mal kleinere YouTube-Videos. Ich selber nutze Kdenlive, das ist ein bisschen umfangreicher, deswegen PTV ist jetzt nicht so meins. Aber es soll trotzdem sehr, sehr gut sein. So, Rhythmbox als Standard-Audioplayer. Ein Soundrecorder ist mit dabei und ganz normal, ich glaube, das ist MPV oder einfach nur Gnome Video. Müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Ah ja, das ist der ehemalige Totem-Video-Player von Gnome. Wirklich ein sehr schönes, stabiles Programm. Ja, so, dann Spiele haben wir schon ein paar mit vorinstalliert. Sowas ähnliches wie ein Tetris-Klon. Ja, Minen, Mayong und Solitaire ist mit dabei und Sudoku. So, die kleinen Klassiker-Dattels-Spiele für zwischendurch. Systemwerkzeuge sind natürlich auch wieder einige drin. Hier finden wir dann auch das Gnome Software Center. Das befindet sich hier auch unten schon angeheftet an der Startleiste. Hier kann man die Tour auch nochmal starten. Achtung, gleich wieder weg, sonst kommt hier wieder die Musik. Okay, und dann haben wir Startprogramme. Hier kann ich dann hinzufügen, welche Programme gleich beim Start mitgestartet werden sollen. Zum Beispiel der SSH-Schlüsselagent wird immer mitgestartet für den Fall, dass man auch mal von der Ferne drauf zugreifen möchte. So, was haben wir noch? Zorin Appearance. Das ist im Prinzip die, wo ich die Anzeige nochmal einstellen kann, wie denn Gnome aussehen soll. Das findet sich dann ebenfalls nochmal dort in den Systemwerkzeugen Zorin Connect. Und nochmal zusätzliche Treiber, sollte ich also ein Problem haben, dass ich eine Nvidia-Karte habe und irgendwie die Treiber nicht richtig installiert werden, kann ich hier nochmal bei zusätzliche Treiber gucken und zwischen den Treibern hin und her wechseln. Mir wird das jetzt nicht weiter angezeigt, da ich in einer virtuellen Maschine bin und ich mit AMD und ADI sowieso Open-Source-Treiber hauptsächlich verwende. Ebenfalls hier in derselben Softwareanwendungen und Aktualisierung, wo ich auch die Treiber installieren kann, kann ich hier auch nochmal schauen, welche Software-Repositories aktiviert werden. Hier sehen wir auch schon, dass es direkt von Ubuntu und Canonical kommt. Hier bei anderen Programmen sind dann im Prinzip die Repositories von Zorin OS mit eingebunden. Ich kann hier aber auch noch Häkchen reinmachen bei Canonical Partner, zum Beispiel, wenn ich das möchte, oder auch noch andere Repositories hier einfach hinzufügen. Hier empfehle ich dann aber wirklich nur dann, dran rumzuspielen, wenn du genau weißt, was du tust. Aktualisierung, wie sollen die Aktualisierungen denn so stattfinden? Täglich sollen sie automatisch heruntergeladen und installiert werden oder möchte ich alles manuell machen? Das kann ich hier einstellen und hier sind dann noch ein paar Zertifizierungsschlüssel hinterlegt. So, einmal schließen und dann schauen wir mal, wie einfach das Ganze dann ist mit den Aktualisierungen. Aktualisierung kann ich direkt im Gnome Software Center durchführen, einfach Software öffnen und dann oben bei Aktualisierung. Hier zeigt er jetzt an, ist auf dem neuesten Stand. Das liegt daran, weil in den Einstellungen quasi eingestellt ist, dass die Software automatisch installiert wird, also Aktualisierungen automatisch installiert werden. So, ich kann jetzt aber trotzdem nochmal direkt nach Aktualisierungen suchen und ja, ist aktuell, frisch installiert, sehr schön. Und ansonsten, wer das alles gerne im Terminal macht, wir können ja mal hier ein bisschen größer machen, dann der ganz normale Standard mit sudo update, kann ich dann entsprechend die Updates nochmal durchsuchen. Da wird er jetzt zeigen, dass hier nichts verfügt. Oh doch, es sind tatsächlich ein paar Pakete verfügbar und zwar Updates für 125 Pakete. Das ist interessant, weil das Gnome Software Center mir ja gesagt hat, dass gar keine Aktualisierungen verfügbar sind, sondern alles aktuell ist. Ich nehme mal an, dann wird ja wahrscheinlich das Software Center tatsächlich nur die installierte Software, die sich auch über das Software Center installieren lässt, nur prüfen und alles andere, alle anderen Pakete, die jetzt nicht über das Software Center reingehen, werden dann wahrscheinlich ganz normal über Upd gesteuert. Dann einfach Update noch eingeben und dann heißt es abwarten. Ich sage jetzt einfach mal ja, das geht ja dann doch recht zügig. So, Zorin OS wird mit einem recht aktuellen Kernel ausgeliefert. Das können wir hier mal schauen und zwar in der Version 5.11, also der neueste Kernel ist quasi jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der 5.15.12, den ich hier gerade auf meiner normalen Maschine installiert habe. Und 5.11 ist wirklich ein sehr guter, stabiler, neuer Kernel, ja und somit funktioniert der, somit hat man im Prinzip auch die neuesten Treiber und so weiter alles mit drin. So, ansonsten, es gibt noch eine Sache, die mich auch schön überrascht hat, die demnächst wahrscheinlich mit rauskommt, aber momentan noch nicht veröffentlicht wurde. Und zwar ist das, ja, ein schicker Startbildschirm, und zwar ist das, nennt sich das Zorin Grid, auf zorin.com slash grid, hier oben sieht man das, grid, das sieht man auch coming soon, notify me, also es ist noch nicht verfügbar. Zorin Grid ist im Prinzip sehr interessant für Schulen oder kleinere Firmen. So kann man das zum Beispiel hier schon auf diesem, ja, Screenshot so sehen, kann man direkt Software auf mehrere, ja, PCs, Laptops und so weiter quasi installieren und pushen. Das ist quasi sowas wie ein Administrationstool. Gerade für Schulen ist das sicher sehr interessant, wie gesagt, auch kleinere Firmen, die dann so eine Organisation haben und dann entsprechend dann über so ein Zorin Grid können dann Updates oder Ähnliches ausgerollt werden. Man kann den Status quasi monitoren installieren und deinstallieren von Anwendungen, Software Policies, Security Patches und so weiter. Ja, das kann man alles dann in seinem Firmennetzwerk, wo dann diese Geräte drin sind, ja, kann man das Ganze dann orchestrieren und administrieren. Und es gibt auch tatsächlich schon eine, ja, Bundesbehörde, könnte man sagen, die das Zorin OS fest verwendet. Das finde ich auch sehr interessant. Die italienische Stadt Vicenza setzt schon seit April 2016 auf ca. 900 Rechnern Zorin OS ein und zwar anstelle von Windows. Und die Nutzer von Zorin OS, also die städtischen Mitarbeiter, sind extrem überrascht, also sehr positiv überrascht, wie einfach doch Zorin OS zu bedienen ist, wie schön das auch ist und wie angenehm sich auch mit Zorin OS eben arbeiten lässt. Und dadurch kann die Stadt Vicenza natürlich eine ganze Menge Lizenzkosten sparen, weil es dann keine Microsoft-Lizenzen mehr braucht. Und man hat dann so ein sehr stabiles, sehr nutzerfreundliches System dann für seine Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. Wir gucken jetzt noch ganz schnell, welche Hintergrundbilder hier so mitgeliefert werden. So alles so ein bisschen im Zeichen der Natur und der Berge. Das ist natürlich auch sehr schön. Ich will mal kurz, ja ich liebe ja Sonne, Sonnebilder liebe ich ja wirklich. So im Regen oder so wie es aussieht, ein bisschen geregnet hat es. Ach, sehr schön. Ja, aber ansonsten auch natürlich City Skyline und hier die ganzen normalen üblichen Verdächtigen, die Naturbilder, die oft auch bei Ubuntu und Co. mitgeliefert werden. Oder wie wäre es mit etwas abstrakten, neutralen. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Ja, hier haben wir noch Aurora, also sowas wie ein spaciger Hintergrund. Wirklich super, super schön. Aber dieses Gebirge ist natürlich auch sehr toll. Wahrscheinlich irgendwo aus den Alpen. Vielleicht weißt du ja, was das für ein Berg ist. Dann schreib es mal ruhig unten in die Kommentare rein. So, Neo Fetch ist nicht vorinstalliert. Ich habe es aber schon installiert und so sieht das Ganze dann aus. Hier nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ja, Zorin OS, für wen ist das geeignet? Ganz klar für Einsteiger und Umsteiger. Für Neulinge, die von Windows weg wollen, weil Windows oder Microsoft immer übergriffiger wird, gerade was persönliche Daten betrifft oder auch was die Hardware-Konfiguration betrifft. Also schon alleine um Windows 11 zu installieren oder installieren zu können, muss man schon gewisse Hardware-Anforderungen haben, die im Prinzip voraussetzen, dass du deine alte Kiste wegschmeißen kannst und ein neues Notebook oder Rechner kaufen musst, damit du das überhaupt nutzen kannst. Das ist schon irgendwo eine Frechheit, hat auch mit Nachhaltigkeit nichts mehr zu tun. Und deswegen Zorin OS auf jeden Fall dann dahin umsteigen. Es ist wirklich vom Design her wunderschön gemacht. Auch die, die von Mac vielleicht dann weg wollen und sagen, okay, auch Apple ist mir jetzt nichts. Ja, die sind hier bei Zorin OS wunderbar aufgehoben. Man hat eine ziemlich einfache Lernkurve. Im Softwarecenter werden dann hauptsächlich Flatpacks installiert und so hat man dann per Ein-Klick-Installation auch keine Probleme, sich großartig umorientieren oder umlernen zu müssen. Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Das war ja recht kurz heute, in Anführungszeichen war ein bisschen kürzer. Ich bereite jetzt für die nächsten Folgen jetzt immer aufwendigere und kompliziertere Betriebssysteme vor. Ich möchte dann auch Betriebssysteme vorstellen, die jetzt nicht auf ein anderes Betriebssystem basieren. Ja, also jetzt wie zum Beispiel hier Zorin OS basiert ja auf Ubuntu. Ubuntu selber basiert auf Debian. Da will ich jetzt mal ein paar OSs raussuchen, die quasi vom Scratch geschrieben wurden. Also die jetzt auch nichts weiter auf irgendwas basieren. Und das brauchte man ein kleines bisschen Vorbereitung, weil ich muss die Testinstallation durchführen, dass ich das nachher auch wunderbar zeigen kann, wie man Linux auf einer Konsole installiert. Arch wird dieses Jahr auf jeden Fall kommen. Gentoo werde ich definitiv noch installieren. Und ich werde mich ein bisschen mehr auch um die Desktop-Umgebungen kümmern. Das heißt, es werden dann in diesem Jahr auch Videos kommen, wo es dann weniger jetzt um die Betriebssysteme selber geht, als mehr auch um die Desktop-Umgebungen oder auch Fenster-Manager. Ja, da werde ich dann mal ein paar Sachen so zeigen, was so die Unterschiede sind und wie diese auch benutzt werden und wie man sie halt auch installieren kann. Gut, das sei es aber erstmal gewesen. Für heute kommt einfach rein in meinen, so ein Typ im Internet, Matrix-Space zum Chatten, zum mal Hallo sagen oder einfach mal so, um die Leute kennenzulernen. Ich würde mich freuen, auch wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn ich wieder das nächste Betriebssystem installiere. Ich wünsche auch nochmal ein gesundes neues Jahr, auch für alle. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.